Ja, bleib dran. Ich will die Alte heulen sehen. In zwei Stunden habe ich das Ding auf dem Tisch. Ja, du schaffst es schon. Bis dann. Misslungene Fettabsaugung bei Taylor Swift. Also bei ihrem Hausschwein. Die Sau ist jetzt doppelt so fett. Schön. Ja, guten Tag. Bewerbungsgespräch, weiß ich doch. Ich hab noch ihre Unladen hier. Fünf in Deutsch. Das ist bei uns gar kein Problem. Was wir hier brauchen, das ist Drama, Drama, Drama. Bringen Sie das mit. Ich ... Boulevard. Das ist die Königsdisziplin. Ein Post von den Royals von letzter Woche. Was sehen Sie hier? Pferdeäpfel vorm Buckingham Palace? Falsch. Das ist exklusiv. Prinzessin Kate frühstückt Porridge mit Datteln. Und das kann man da erkennen? Natürlich nicht. Das ist völliger Schwachsinn. Aber eine Headline mit Kate ist gerade pures Gold. Was werden Sie noch lernen? Drama, Drama, Drama. Zum Beispiel hier. Aufmacher für morgen. Trennung bei Katzenberger und Cordalis. Was? Ganz frisch getrennt. Ihren Müll. Heute Morgen. Ja, unsere Insider und Paparazzi überall. Was? Die Swift will die Story mit dem Schwein verhindern? Dann sag ihr entweder das Schwein oder wir dichten ihr eine Affäre mit Trump an. Sorry. Kleiner Meinungsaustausch. Ach klar. Kein Problem. Gut. Sollte es auch nicht. Bei uns müssen Sie ran an die Promis. Insider warm halten. Tief rein. Bis ins Nasenloch. Krankheiten. Affären. Drogen. Nutten. Caprihosen. Das wollen die Leute lesen. Und Sie, junge Dame, Sie haben den Hauptgewinn. Willkommen im Team. Sie haben da was missverstanden. Ich bin nicht Ihre Bewerberin, sondern Reporterin bei der Baller. Die Konkurrenz. Ja. Und das ist unsere Headline morgen. Penisbruch bei Boulevardboss. War der Apfelkuchen schuld? Fehlt nur noch das Foto. Bitte lächeln. Danke. Das ist gelogen. Das können Sie doch nicht machen. Drama, Drama, Drama. Scheiß Apfelkuchen. Hat diese Sendung wirklich so stattgefunden? Oder ist alles völlig frei erfunden? Existiert Christian Ehring wirklich? Oder ist er nur ein Hirngespinst von Friedrich Merz? Die ganze Wahrheit erfahren Sie in der ARD Mediathek. Das Ergebnis wird Sie verblüffen.